siehst du das und sind unterwegs ja check absicht kontakt ja kommen jetzt aus westlicher richtung ja gefeuert war das schon die jaden ich meine das war die schirka die geschossen hat bombe fliegt das sah mir so aus als gäbe das gleiche sechs sekundär explosion mal gucken bis sich darauf legt die ist inaktiv guter treffer gut wie die mg noch aktiv ok was driver melde mal an haku bitte dass wir und an hitman lied dass wir die schicke ausgeschaltet haben die verwirrung können wir jetzt nutzen und badern noch ein bisschen rein die haben uns ja sowieso aufgeklärt wir ziehen uns dann gleich zurück das gegenfeuer zu stark wird hitman hat per drohnenschlag die schilke ausgeschaltet geht jetzt noch gegen einige infanterie ziele vor und wird sich dann zurückziehen ja immer die eigensicherung dabei beachten da unterstützung auch medizinischer fragwürdig ist aufgrund der weiter fortschreiten dämmerung empfehlen wir nicht noch wesentlich länger wie zehn minuten im einsatzgebiet zu verbleiben und danach den rückweg anzutreten gegenfeuer zu verstanden haut ab weg 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 sehr gut ja wo ist das fahrzeug ja zu scheiße kontakt aus nord-ost ja zu scheiße kontakt aus nord-ost ja fahrzeug steht hier doch das auf ja wird noch das in als